Zwischen dem 18. März und dem 19. März kam es im Bereich der Altstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hierdurch ergab sich eine Verbindung zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft. Am Freitagmorgen wurde die Polizei zu drei Häusern in der Magdeburger Altstadt gerufen. Unbekannte Täter hatten illegale Graffiti aufgesprüht. Auffällig war, dass die Graffiti an allen Gebäuden in dem Farben Türkis sowie Beige waren und die gleichen bzw. ähnlichen Schriftzüge zeigten. Gegen 14.40 Uhr wurde die Polizei erneut zu einem der drei Häuser gerufen. Zeugen gaben an, dass die tatverdächtige Person, welche die Graffiti zuvor aufgetragen haben könnte, wieder vor Ort sei. An dem betreffenden Mehrfamilienhaus konnte die Polizei den unbekannten Mann nicht feststellen. Jedoch hatte der Mann einen Einkaufswagen mit diversen Utensilien zurückgelassen. Hierbei konnte ein Einkaufskorb sowie weitere Sachen einem Lebensmittelgeschäft zugeordnet werden. Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter des Geschäfts wurde bekannt, dass Freitagmittag ein unbekannter Täter beim Ladendiebstahl ertappt wurde. Als der Unbekannte von einem Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, sprühte dieser dem Mitarbeiter unvermittelt mit einer Farbsprayflasche ins Gesicht. Daraufhin gelang dem Täter die Flucht. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben. Ca. 30 bis 40 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 m groß, schlanke Gestalt, kurze, teilweise graue Haare mit Geheimratsecken, augenscheinlich deutscher Herkunft, ungepflegte Erscheinung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0301 546 32 95 im Polizeigewirr Magdeburg zu melden.